Ich bin echt gespannt. Ein Barracuda! Na, kommst du zu mir, also zum Köder oder schwimmst du weg? Komm her, Fischi, 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 Fischi! Hmmmm... Hmmmm, ja! Oh, lecker! Hmmmm! Ein großer Barracuda! Ja, hab ich zweimal, okay! Schön, das hätten wir auch! Dann... Hm, also reif geworden ist scheinbar leider nix mehr, gerade! Also von den Bäumen nix. Gut, dann will ich nochmal gucken, ob ich nicht doch nochmal was finde. Oder... eben... ... 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 ich frage mich ob die Plätze also die Sachen, die man findet ob die alle einen festen Platz haben an dem man die findet oder ob man hier einfach nur so wie ich das jetzt gerade machen muss mit dem Ding, wie so ein Dödel hier über die Insel laufen muss und irgendwann findet man dann zufällig was und ist damit zufrieden und sucht dann weiter und manchmal findet man einfach nichts mehr oder oder wie oder was schön dich zu sehen Mike ach das ist einfach fantastisch danke dir vielmals Mike ich werde es sofort in meiner Sammlung hinzufügen ok komm trotzdem jederzeit zurück falls du etwas findest griechischer Tonkrug und Amphore ägyptische Amphore ägyptischer Elfenbeinhakam und ägyptisches Glas ja ich habe tatsächlich leider nicht so viel gefunden wie ich haben wollte aber äh man kann ja nicht immer Glück haben gut ok gut ok also diesmal kriege ich leider nicht das Geld wieder raus denke ich mal ja ich habe leider muschelmäßig auch nicht so wirklich Glück gehabt ist wahrscheinlich schon sinnvoll so ein zwei Tage vergehen zu lassen bevor man bevor man wieder zurück geht bevor man wieder zurück geht so die Sachen werde ich jetzt erstmal schön verchecken ich hoffe die ist noch nicht lange aus die Kamera aber bei meinem Glück schon da sitzt niemand neues gut Oma dann brauche ich mit dir auch nicht zu quaddern gibt es hier mittlerweile neues Zeug es gibt einen roten Monsterhelm sieht aus wie ein Power Ranger was zur Hölle eine Shutterbrille ich habe da gerade meine Schuhe in blau gesehen türkise Knöchelturnschuhe ach nö ach nö lass ma so Moss ich habe hier Zeug für dich ich wäre auch gleich wenn ich 이거 bin wenn ich dich Ich habe nicht ganz geschafft, was ich wollte, also an Geld, ich habe nicht ganz bekommen, wonach ich gesucht habe, aber es gibt Schlimmeres, denke ich mal. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, also ich bringe jetzt Zeug zurück in den Schrank, sofern ich dann Platz dafür haben sollte. Okay, also der Schrank ist ein bisschen überfüllt. Warte mal, wie viel Holz habe ich? Nix, nur die 8, die ich in der Tasche habe. Ich könnte ja eventuell noch so einen Schrank bauen, damit ich noch mehr Platz habe für den ganzen Kram, den ich brauche. Dafür brauche ich 13 Holzbrett. Ja gut, das ist mir jetzt ein bisschen zu stressig. So, nichtsdestotrotz, finde ich aber trotzdem, haben wir heute eine Menge geschafft. Also ich finde schon, dass wir heute eine Menge geschafft haben. Und wenn ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht, dann schaltet ihr auch in der nächsten Folge wieder ein. Und diese kommt morgen. So, ich habe jetzt geschlafen und jetzt werde ich dann abspeichern. Also, wie gesagt, eventuell bis morgen. Tschüss.